Warum schreiben die die ganze Zeit meinen Namen der Gast? Ist das nicht, weil du hier sitzt? Solche Schwinner, Alter. Yeah, big fuck you für euch. Big fuck you. Ich hab richtig Gänse auf, ich hab richtig Gänse auf. Ich hab richtig Gänse auf. Aber darum erstmal. Also das Gänsewasser, das Gock. Darauf werde ich gar keine Woche mehr. So wieder werde ich. Aber ich werde gleich loszuschneiden. Gleich schon 0 Uhr. Morgen früh ist wieder Bingo. So.